Hi, grüßt euch, ich bin Snow und ich spiele Autonauts. Ein Spiel, das man frei bekommen kann bei Itch.io. Und... Herzlich Willkommen! Ah, Feuerwehr, hier ist ein Problem. Hm, wie lange soll er das machen? Ich glaube, dafür mache ich noch mal einen extra Roboter. Ich glaube, dafür mache ich noch mal einen extra Roboter. Ich glaube, den lasse ich hier mal die... Also ich weiß nicht, wie ich aus dem VF hier rauskomme. Ich lasse das mal mit dem Doppelten hier. Ich schiebe das hier mal raus. Da mach mal... Ich lasse das mal drum rum. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann baue ich noch einen Roboter. So, boop, 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 boop. So, boop, 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 boop. Und Pole. Okay. Wieder umstellen. Und nochmal ein Gear machen. Hm... So, und den Teech ich jetzt mit der Axt. Äh... So, die Axt erst mal in die Hand nehmen. Und du. Teech. Und du gehst hier in die Mitte. Dann müsste ich ungefähr das Gebiet abdecken mit dem Kreis. Und das war's auch schon. Selber. Äh... Und ich geb dir... meine Axt. So. Wollah weggehen. Ist natürlich ein Problem, die jetzt äh... außer haben... Was fehlt dem hier? Ich glaube, der hat keine Schuppe mehr. Ne, der hat keine Schuppe mehr, ne? Ja. Muss ich eine Schuppe geben. Hm. Um... Tup, tup, tup. Kann ich das aber von da hinten machen. Tatsache. Der zieht die auf, wenn sie nicht zu weit weg sind. Wozu diese Puppen da sind, bin mir auch nicht sicher. Aber das muss irgendwas hier oben mit zu tun haben. Mit der Null. Mit dem Gesicht mit der Null. Hm. So. Jetzt haben wir das ein bisschen automatisiert. Oh. Ich bin... Bin ich gar nicht angemeldet im Chat, hm? Doch. Ich bin angemeldet. Alles gut. Alles gut. Ähm. Ja. Dann gibt's hier noch, äh... Mushrooms, die man sammeln kann und pflanzen. Und Beerenbüsche, die man sammeln und pflanzen kann. Und ganz viele andere Sachen, die man bauen kann. Äh. So. So. Das haben wir erstmal automatisiert. Was ist mit ihm los? Alles gut. Wo ist noch ein Problem? Er kann das nicht dazu hätten. Warum auch immer. Vielleicht weil der da steht. Stopp ihn mal kurz. Habe ich ihn gestoppt? Stopp. Dann trage ich ihn hier hin, dass ihm was passiert. Ich weiß nicht warum, wie er da stehen geblieben ist. Vielleicht weil er hier außerhalb des Bereichs ist? Ich weiß es nicht. Oder findet er keine Loks mehr? Habe ich das verkehrte gelöscht? Ich sage ja nicht. Ich sage ja nicht. Ich sage ja nicht. Er hat eine Achse in der Hand. Ah, ich habe dem eine Achse gegeben. Das ist doof. Ja, die Achse kann er da natürlich nicht reinlegen. Ja, jetzt geht's. Ich weiß nicht, warum ich dem eine Achse gegeben habe. Die müssen dann aufgezogen werden, glaube ich. Oder was ist mit denen? Komm, die müssen aufgezogen werden. Jetzt muss ich den aufziehen, der die anderen aufzieht. Der ist bestimmt leer. Ähm, woher ist denn das? Bist du das? Oh Gott, jetzt habe ich ihn sowieso aufgezogen. Ne, der sammelt die Dinger an. Ich habe keine Ahnung, welches der ist, der die anderen aufzieht. Könnte er sagen. Ja, er ist das. Welche Nummer ist das? Warte mal. CP04. Okay. Ach, der müsste ich benennen können. Äh, CP04. Na, na, kann ich nicht eingeben. Aber ich kann bestimmt so Namensschilder machen, das haben wir schon gesehen. Hm. Dann nenne ich ihn den Aufzieher. Hahaha. Ja, ganz clever. Ja, mal gucken, ob das hier funktioniert. Lass das mal einen Moment laufen, oder holen wir mal einen Kaffee. Bis gleich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das ist laut! Ah! Nothing! Okay, weil gerade keiner aufgezogen werden muss. Außer er selber. Wie kann ich denn zu ihm gehen? Wo ist er denn? Oh, ist das laut! Wieso ist der denn schon wieder leer? Haben ich den nicht gerade eben aufgezogen? Und dann brauche ich einen, der ihn aufzieht. Am besten ich stelle zwei her. Und hoffe, dass das... ...kann man das nicht mehr sehen kann. Kann man das nicht kopieren? Die Aufgabe? So, ich gucke gerade mal, wie man ein Namensschild mal herstellt. Wollen wir mal gucken, ob ich das... ...irgendwie... ...Namebadges... Was brauche ich dafür? Eine Plank? Was soll, die sind... ...lustig? Wo ist's noch? Ja... ...und dann legt die erstmal her. Wer ist denn das? Bis dann! Tschüssi! 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 Tschüssi!